Hi, ich bin Jonas vom Recording-Blog und heute zeige ich dir mal, wie du deinen fertigen Mix mit einem Mitte-Seite-fähigen Equalizer noch ein kleines bisschen fetter und breiter machen kannst. Los geht's! Tach und schön, dass du wieder eingestaltet hast zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog, meinem kleinen Kanal, in dem ich dir helfen möchte, mit meinen Tricks deine Musik möglichst schnell auf radiotauchliches Level zu bringen. Und radiotauchlich ist vielleicht so ein kleines Stichwort heute, denn heute geht es um einen sehr subtilen kleinen Trick, den man ganz am Ende des Mixes macht. Das heißt, wir gehen mal davon aus, dass dein Mix fertig ist. Du bist eigentlich soweit zufrieden, hast den Mixer schon auf Lautstärke gebracht, aber man möchte es vielleicht noch so ein kleines bisschen Puderzucker obendrauf machen. Und das geht sehr gut mit einem Equalizer, mit dem man das Mittensignal, also das Mittensignal vom Seitensignal getrennt bearbeiten kann. Es gibt diverse Equalizer, mit denen man das machen kann. Den FEP-Filter Q2 oder von Brainworks den V3 oder V2 digital. Beides oder alle drei sehr potente Equalizer. Bei Logic Pro X ist es sogar mit eingebaut. Das heißt, der eingebaute Equalizer kann sogar Mitte und Seite getrennt voneinander bearbeiten. Und der Vorteil ist einfach, dass man die Anteile, die in der Mitte stattfinden vom Signal, dass man die separat Equalizer kann und die Sachen, die außen sind, also Chöre, Synthesizer, auch Hallräume und so weiter, dass man die auch separat beeinflussen kann, selbst in der Lautstärke. Und wie das genau geht, schauen wir uns jetzt gleich mal am Beispiel von meinem Rocksong an, den ich neulich mal angespielt habe. Verpasst nicht die Frage der Woche, die nach diesem Tipp noch kommt und wir schauen jetzt mal in die Session rein, wie es genau gehen könnte. Also, los geht's. So, da sind wir schon im Mix und ich habe, wie gesagt, den Rocktrack, den ich neulich hatte, hier mal vorbereitet. Wir hören mal kurz rein. Und einige Leute haben mir schon geschrieben, ey, fetter Track und so weiter. Und ich fand das auch, fand das ziemlich geil, dass mir das wirklich so gut gelungen ist. Aber ich wollte jetzt am Schluss noch ein kleines bisschen Puderzucker drauf machen und dafür habe ich, wie gesagt, Mitte Seite Equalizing angewandt. Und ihr könnt hier sehen, dass ich im zweiten Kanal, ich habe hier zwei Spuren gemacht, wo jeweils das gleiche Signal drauf ist, also der gleiche fertige Mix. Und habe auf den zweiten hier, der hier ja passenderweise mit EQ heißt, wie man hier sehen kann, habe ich hier zwei Equalizer drauf gemacht. Ich hätte auch einen ganz normalen Equalizer von den Fettfiltern, wie gesagt, nehmen können. Da kann ich Mitte und Seite gleichzeitig in einem Plugin bearbeiten. Bei Logic habe ich den eingebauten Equalizer genommen und den kann ich entweder auf Mitte oder entweder auf Seite stellen. Das ist halt das Problem. Aber das ist für mich keine persönliche Einschränkung, sondern dient sogar eher der Übersicht. Denn ich habe hier, wie ihr sehen könnt, mit dem, hier unten kann man das einstellen beim Equalizer, Side Only, also nur die Seite. Da habe ich hier in den Höhen angehoben und zwar ab 4 Kilohertz, wie man hier sehen kann, um 5 dB angehoben. Das Seitensignal also in den Höhen ein bisschen betont. Dadurch wird es insgesamt ein bisschen breiter, ohne dass der gesamte Mix heller wird. Es wird nur das Seitensignal angehoben und wird ein bisschen in den Höhen betont und dementsprechend wird der Mix dann automatisch breiter. Und ich habe, wenn ich hier rübergehe, bei 970 Hertz noch 2 dB angehoben und habe da den Gitarren auch noch ein kleines bisschen mehr. Ja, ein Kilohertz ist ja ungefähr so die Ecke, wo man noch ein bisschen Knullg reingeben kann, wo man noch ein bisschen mehr Pfeffer reingeben kann. Das heißt, da habe ich auch noch mal ein bisschen betont, das sind die einzigen beiden Bearbeitungen, die ich hier gemacht habe. Also zum Breiter machen, ein kleines bisschen in den Höhen bei den Seiten angehoben und in den Mitten, weil ich einfach fand, dass die Gitarre dann noch ein kleines bisschen mehr gebrauchen kann. Und beim Bassbereich, hier ist der Equalizer, der linear Phasen, der phasengetreue Equalizer quasi, den habe ich genommen, weil, den habe ich genommen. In den Bessen ist es vielleicht gut, wenn man phasengetreu arbeitet und wenn dabei die Phasen speziell an den Abrisskanten vom Equalizer erhalten bleiben und nicht so vermurmelt werden. Deswegen habe ich den genommen und hier seht ihr, dass ich hier speziell bei 124 dB und 2 dB, also nur im Mittensignal, angehoben habe und ein kleines bisschen Druck reingegeben habe. Da liegt vor allem die Snare-Lichter und der Bass-Lichter, die dann ein kleines bisschen Schub gekriegt haben und dann habe ich hier mit einem Low-Shelf nochmal 58 Hz und 2 dB angehoben, um nochmal ein bisschen Druck reinzugeben in das Mittensignal. Das heißt, beim Mittensignal habe ich eher den Bassbereich betont, bei dem Seitensignal habe ich mehr die Höhen bearbeitet. Dadurch kriege ich halt den Effekt hin, dass ich einen fetteren Mix kriege, ohne rum, aber eben nur im Mittensignal und einen breiteren und etwas sahnigeren Mix, in dem ich eben die Höhen angehoben habe bei den Seiten. Und wir hören jetzt mal rein, ich schalte mal zwischendurch auf die einzelnen Spuren und ihr könnt ja dann im Idealfall mit dem Kopfhörer auf den Ohren reinhören, wie es genau funktioniert. Also wir fangen an mit ohne, mit ohne klingt auch lustig, also wir fangen mit ohne an und gehen dann mit mit. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Also ich finde ein kleiner, aber feiner Unterschied, wo man auf jeden Fall hören kann, dass der Mix insgesamt ein kleines bisschen ausgeglichener wirkt, dass er durchaus untenrum ein kleines bisschen fetter wird, aber auch eben ein bisschen sahniger und ein bisschen breiter wird. Mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut. Das ist was, was ich normalerweise in der Masterkette benutze, also jetzt nicht hier beim fertigen Pfeil, sondern es kommt normalerweise in die Masterkette, dann irgendwo kurz vorm Limiter und dann kann ich damit den Mix nochmal ein bisschen aufpolieren. Ich bin gespannt, ob dir das auch hilft bei deinen Mixen und wenn dem so sein sollte, schreib es auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Würde mich interessieren, welche Erfahrungen du damit gemacht hast. Und jetzt geht es rüber zur Frage der Woche. Okay, schon ein bisschen subtil. Ich gebe es zu, wenn du es nicht genau gehört haben solltest, spul vielleicht nochmal zurück und setze nochmal einen Kopfhörer auf, dann kannst du es auf jeden Fall besser hören. Oder wenn du es zu Hause selber ausprobieren möchtest, kannst du auch auf meine Seite gehen. Unter recordingblog.com kannst du dir auf jeden Fall die Files runterladen. Da unter dem Blogartikel stehen nochmal einen Link. Und da kannst du dir die beiden Dateien runterladen und dann mal A, B hören, gegeneinander hören. Da hörst du schon, welchen Unterschied dieser feine, aber kleine Trick auf jeden Fall am Schluss noch macht. Wunderbar. Kommen wir zur Frage der Woche. Die kommt heute von Michael. Und Michael schreibt, hallo Jonas, super Tipp und super Video. Vielen Dank Michael. Vocals aus einem Playback extrahieren wäre auch ein interessantes Thema. Das meine ich so, dass die Vocals ausradiert werden und nur die Musik übrig bleibt. Liebe Grüße. Liebe Grüße zurück Michael. Mir ist jetzt persönlich keine Methode bekannt, wo man die Vocals wirklich rausradieren kann aus einem Song, sodass wirklich ein vollwertiges Playback mit allen Informationen, die sonst noch dazugehören, übrig bleibt. Ich weiß, dass die Forschung da dran ist, so Plugins zu entwickeln, die einzelne Sachen rausnehmen können oder dass die auch schon einzelne Tonhöhen ändern können bei ganzen komplexen Chören. Aber dass man die aus einem kompletten Playback rausholen kann, das ist mir noch nicht bekannt. Es gibt aber eine Methode, die ist sehr radikal, aber die funktioniert auf jeden Fall. Dazu musst du deinen Stereo-Track, aus dem du die Vocals raushaben willst, erstmal in deine DRW ziehen und dann brauchst du ein Plugin, mit dem du auf einer Seite vom Stereo-Signal die Phase drehen kannst. Bei Logic ist das zum Beispiel das Gain-Tool, da kann man auf der einen Seite die Phase drehen, dreht dann die Phase und dann klingt es ziemlich komisch, also ziemlich als wenn einem einer den Kopf verdreht irgendwie und wenn du danach noch ein Plugin reinlädst, mit dem du das ganze Signal dann auf Mono machen kannst, dann werden die beiden Kanäle, also der eine mit der gedrehten Phase und der andere, werden zusammengemischt zu einem Mono-Signal und übrig bleibt dann nur noch die Stereo-Information. Das heißt, alles was Mono ist, verschwindet plötzlich aus dem Signal. Das ist die Bassdrum, der Bass, der Snare, alles was in der Mitte stattfindet und eben auch die Vocals, also zumindest die Hauptvocals verschwinden. Übrig bleibt dann Synthesizer, Chöre und Hallräume. Ganz spannend zu hören, welche Hallräume manche Leute verwendet haben. Das kann man sehr, sehr gut hören, wenn man genau mit dieser Methode einfach mal den Mix ein bisschen sauber macht und um die ganzen Mono-Informationen bereinigt. Sehr spannend, es klingt nicht so besonders gut. Das kann ich dir jetzt schon verraten, aber die Vocals sind verschwunden. Zumindest haben wir damit das Ziel erreicht oder zumindest das Ziel deiner Frage. Ich hoffe, ich konnte damit helfen. Wenn ihr eine Methode wisst, die vielleicht weniger radikal ist und die trotzdem die Vocals so entfernt, dass vielleicht nur das Playback übrig bleibt, dann schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Wenn ihr weitere Fragen habt, auch alles unten runter in die Kommentare und helft euch vor allem gegenseitig. Wenn ihr eine Frage beantworten könnt, immer sofort draufhalten, weil davon lebt ja die Recording-Blog-Familie, dass wir uns gegenseitig auch helfen können. Und ich lerne auch unglaublich viel von euch, deswegen spart nicht mit euren Fragen und vor allem spart auch nicht mit euren Antworten unten drin. Wunderbar, wir sehen uns dann nächste Woche wieder zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog. Bis dahin wünsche ich dir von gut nur das Beste, mach's gut und Yasu!